. Was? Was? Echt? So an der Wienens, Schwierig. Du schieb dich gegenüber. In der Rosenecke von ABC aus Hamburg, Milan Mirosamilic. Und erkennt Sie gleich noch mal einen aus der Begabendecke, Benedito Simoni. Kommen Sie an, danke. Aus Lübeck kommt der Benedito. Und ich nenne Sie auch noch mal für einen Applaus für Ihren euren Trainer, die sich hier extra umgezogen hat. Und wir haben einen Kürzeltagentwurf. Dreh frei zur Runde 1. Kürzeltagentwurf. München. Musik. Vielen Dank. Ja, sonst kann man das nicht sehen. Doch, kann man. Alles gut. Ich kann nichts tun. Vielleicht braucht man noch Brüder. Ja, ich hab in der Welt geholfen. Er hat gewonnen, glaubst du? Nein. Hä? Guck mal, mein Zahn tut jetzt gar nicht mehr. Aber wenn man so anfasst oder raufsteht, dann tut das so ein bisschen weh. Das machen darf ich wieder gar nicht. Bissens eine Minute oder so. Aber richtig. Aber da darf ich mehr. Danke. 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 Gkea mitigate Lotsa unvielte Design, die kleinen, die Mache alle med Carol. Mmmh. Oh, wenn er den getroffen hätte. Bitte, bitte. Wer? – Milla? Ja, er hat gerade so gehauen, der Mila hat wieder gerade auf, aber gegen seinen Handschuh. Er hat der Mila den getroffen, das wäre heftig. In der Runde gegen Mila Milošvaric, am 16.11. unserer großen Aktie-Testoren der Bescheidung und seinen drei fünfzehnlichen Kampf. Für Sie hat vieles Ehre und für Ihr Kampi, herzlich willkommen, Mila Milošvaric. Mein Zahn tut gar nicht weh, aber wenn man so anfasst, zu 10 Sekunden, aber wenn man raufschlägt, eine Minute. Wenn ich jetzt die brauche, dann bin ich dicht. Zähle, ne? Zähle, ne? ogelmer gut. Zähle, fünfzehn, Dudon. Mit fünfzehn, mit fünfzehn. Und der andere ist auch nicht. Ja! 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 Das war so geil! Wie ist das so? Ja! Ich mache das selten! Was? Ja! Er guckt alle Filme und ich gucke! Guckst du bei gleich? Nein! Okay, das ist schon raus! Jetzt habe ich geguckt als klein! Ja! Guck! Ich gucke, ich kann Filme mehr! Das sind Sendungen, die Filme! Ich habe es ja Filme! Sehr gut! Ja. 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 Vielen Dank. Er kämpft sechs Minuten mehr als du. Ne, also als du machen sollst. Weil du machst pro Runde eine Minute, er macht pro Runde drei. Er will nicht nehmen. Der Motor guckt doch am Ring. Komm, Lübe, jetzt. Ne, also. Nimm alle Rechte mit mir. Ja, noch mal. Komm, Lübe. Wenn ihr gleich kommt, dann kommt die Rechte. Lübe. Noch mal die Rechte. Komm. Ich werde jetzt kommen wieder mit. Ja, und die Rechte. Wenn ihr das rechte. Lass die Linke hoch. Schön, komm mal! Start! Wer hat keine Deckung? Wer denn? Wie lang? Aufwachst du mal! Er hält ihn fest an, du machst die Sonne. Weg! Start! Weg! 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 Das ist die dritte Runde, ne? Ne? Das ist die dritte Runde, ne? Aber es gibt keine Fehler. Noch, oder? Ein Mund noch. Schön! Jetzt! Mit der Rechte! Komm da, ich kann nicht mehr! Jetzt! Hekt man! Bitte! Hylab! 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 Ich spüre jetzt von Zahn gar nicht, dass es weh tut. Aber wenn man zu Rauch legt oder so, das kann ich nicht. Ich bin so froh gekommen. Hylab! 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 Er soll sich gegen dich machen, aber er ist 2000er, S11. Also darf er nicht für dich? Nein. Er wollte gegen dich, aber er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Er war so alt wie England. Er war so alt wie England. Müller hat gewonnen. Zeig mal auf mich. Die verhärscht mal bei uns.